Hi und willkommen bei Frühstück bei Mir. Heute handelt es sich um einen besonderen Gast. Und zwar dem Bild Susanne Sonne. Grüß Gott Susanne Sonne. Wie geht es denn Ihnen? Ach, mir geht es nur gut. Ich bin schon ziemlich alt und ja, Frühstücken tue ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr runtersuppen. Ich bin so arm. Und es tut uns aber sehr leid, Susanne Sonne. Ähm, können Sie uns bitte verraten, wo der Mund ist und wo die Augen sind? Ach, ich hab auf jeden Auge einen Mund. Und das sind die Kugeln, die Augen. Das sind dann die Münder, die Ohren und die Spriche. Und die Hautfarbe ist natürlich das hier. Oh, Susanne Sonne. Sie sind wirklich hübsche, hübsche Dame. Ähm, wollen Sie uns auch erklären, wie Sie zu dem Beruf Bild gekommen sind? Ja, ja, klar. Ähm, ich hab gelernt zu malen. Und dann hab ich mir gedacht, ach, ich möchte auch so ein Kunstwerk werden. Bin ich auch so ein Kunstwerk? In meinem vorigen Leben war ich nämlich eine Malerin. Eine berühmte Malerin. Hm, ich würde gern wissen, was ich im nächsten Leben werde. Eine Ameise? Oh, vielleicht. Äh, okay, ich glaub, ich kann nicht mehr. Ich muss mal wieder schlafen. Okay, Susanne Sonne. Danke. Ich mach mich mal wieder ans Frühstück. Tja, dass unser heutiger Gast so alt ist, hätte ich mir nicht gedacht. Okay, und jetzt ans Frühstücken. Tschüss. Tschüss. Tschüss.